Könnt ihr dies verhindern, wird sie wieder leben. Igerna, gemäß der mir durch die göttlichen Segnungen verliehenen Kraft, verurteile ich euch hiermit zum Tode wegen aktiver Unterstützung von Interessen des größten Feindes der Menschheit, des Schwarzen Rings. Tut, was ihr nicht lassen könnt, möchte gern göttlicher. Ich habe nichts weiter getan, als die Kräfte in Damian zu wecken, was sowieso geschehen wäre, und ihm meine Liebe zu geben. Der Dämon in seiner Seele hätte unter Verschluss gehalten werden können, wenn ihr nicht die Dunkelheit in seinen Geist eingeflüstert hättet. Für dieses Verbrechen kann es keine Gnade geben. Möget ihr eure ewige Ruhe finden. Lucian, passt auf! Ein Eindringling! Ihr, trittet aus dem Schatten hervor! Wer seid ihr? Dann seid willkommen, edler Drache. Verratet uns, warum ihr hier seid, wenn es euch beliebt. Das kommt nicht in Frage. Wenn ihr auch nur einen Schritt näher kommt, müssen wir euch angreifen. Genauso wenig wie wir sterbt nun ehrenvoll. Oh! Oh! Oh!